Okay, hier lang. Der ist echt schon geil programmiert. Als wenn der echt wäre. Oh, der Zug. Ein Zug. Ein, ein, der hängt fest. Ich brauch's nicht mal eben hier. Ich muss mal eben... Ich glaub da hoch. Was ist los mit dir? Du hast Hunger. Ja, sag da doch. Oh, der Kleine hat Hunger. Komm ich von deinem Kopf da dran? Oder muss ich... Oh, shit. Das passt nicht. Okay. Geh da hoch. Ja. Da hoch. Und dann kannst du dich jetzt... Genau, da. Oh, Treffer. Okay. Fressen finden. Fressen finden und Eingang öffnen. Die Checkliste ist klar, yo. Wir haben auch lange nichts mehr zu fressen gefunden. Außerdem habe ich eines auch... Ver-verloren. Ähm. Ähm. Äh. Wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist jetzt die Frage. Oh. Äh. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hallo? Okay. Hier nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Weg geben. Jetzt sag mir nicht, ich muss springen oder sowas, Alter. Macht man jetzt nicht mit? Wo muss ich hin? Ja, ich beeile mich ja schon. Ducky ist halt nicht so clever. Ihr setzt bestimmt alle am Rechner und sagt, yo, Ducky, du musst da lang. Und ich seh's nicht. Oh mein. Hier. Oh. Muss ich mich da rüberhangeln? Aber da ist doch nix. Hier ist doch kaum was. Oh. Shit. Okay. Da kommt nirgendwo lang. Da komme ich auch nirgendwo lang. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon mal hier. Was bringt mir das? Ich hab noch keine Ahnung. Oh shit. Das macht keinen Sinn, was ich hier mache. Warte mal. Wir gehen mal wieder runter. Okay. Okay. Jetzt geh doch an die Kette. Genau. An die Kette. Und eine Etage tiefer. Okay. Geh da rein. Guck dich um. Die brauchen fressen. Die brauchen fressen. Ist da was drin? Nein. Da ist nix drin. Die ist da nicht so still. Alter. Das ist nicht gut. Okay. Überlege. Überlege. Das sieht aus, als ob alles kaputt ist. Aber wenn wir da unten sind, kommen wir dann wieder hoch. Okay. Fressen. Nimm den mit. Irgendwie kommen wir wieder zurück. Wir haben Fressen gefunden. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Überleg mal so ein kleines Fässchen für den. Ist ja nix. Das ist, als ob du nur ein Krümel vom Snickers abbekommst. Okay. Können wir da Dinge hier irgendwo hochwerfen? Nein. Nicht so. Auch nicht. Oh mein. Bleib stehen. Okay. Okay. Nicht so. Es ist gar nicht so leicht, hier hochzukommen mit dem Dinger. Nein. Runtergefallen. Wie kommen wir hier mit dem Dinger hoch? Sind wir von da gekommen? Wahrscheinlich, oder? Wir sind von hier gekommen. Ja. Alter, das ist wie eine Taschenlampe, das Dinger. Okay. Wie kommen wir hier hoch? Wieso fällt die Scheiße denn da immer wieder runter? Alter, das gibt's doch nicht. Das Dinger will mich komplett verarschen. Wie krieg ich das hier hoch? Das ist viel zu hoch zum Werfen. Dein Ernst? Das ist es? Hey. So einfach geht das. Hier, hopp. Jetzt fall da bloß nicht irgendwo runter mit dem Ding. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Okay, jetzt hier lang und dann da lang. Alles so ruhig hier. Okay, wir haben es. Sehr gut. Bin gleich bei dir. Ich hab was vom Imbiss mitgebracht. Fastfood. So schnell wie der herunterschlägt, ist halt echt fastfood. Guck mal. Guck mal. Lecker. Ja. Ja. Jetzt hast du wieder Kraft, wa? Und jetzt? Kannst du das Dinger da? Irgendwie. Wo ist er hin? Was macht er? Kannst du das Dinger nehmen? Macht keinen Sinn, oder? Wir müssen irgendwie zusammen da Dinge jetzt da runterkriegen, wegkriegen. Warte, ich stelle dich mal auf deinen Rücken, vielleicht kann ich da mehr sehen. Mein kleiner Delfin. Hm. Da hier oben ist irgendwie gar nichts. Nein, kannst du nicht? Alles wegschieben? Oh shit, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Muss es doch noch irgendwo was, was, was noch geben, weil ich noch nicht gesehen habe? Oder, ich muss irgendetwas sein. Da komme ich schon mal nicht hoch. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Hier bin ich wieder unten. Hier bin ich wieder unten. Und du siehst hier gar nichts. Du siehst hier einfach nur nix. Oh, Junge, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, Junge, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, Junge, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, Junge, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Macht alles keinen Sinn. Da rüber. Ich bin zu klein. Nochmal Oh, meine Fresse Okay, so komme ich da schon mal nicht dran Das Ding muss sich irgendwie hier hin bewegen Das ist zweigeteilt Macht Sinn Macht Sinn Jetzt da hoch Jetzt da hoch Wieder hoch Jetzt das Ding Komm her, Kleiner Oh, und da kommt er an Sehr gut Jetzt können wir weiter Können wir nach oben irgendwo Was machen wir denn jetzt hier drin Hast du da schon einen Plan Oder Oder Wieucci